oida was geht ab leute teamawelt hier heute mit einer ankündigung zur fan-challenge und zwar wird die ab sofort von unserem sponsor hederhase gesponsert der stellt ein display zur verfügung falls ihr es schafft jeden von unseren spielern also chan, jibi kollega, kojiko yuga und tunesia 2 zu besiegen aber ihr müsst die halt hintereinander besiegen sprich wenn ihr sagen wir mal zwei besiegt chan und jibi kollega und dann gegen kojiro yuga verliert müsst ihr wieder alle vier besiegen und nicht nur noch kojiro yuga und den tunesia und falls es jemand schafft kriegt ihr halt ein display gesponsert von hederhase noch mal danke an ihn schaut auf jeden fall mal bei ihm vorbei im shop und auch bei seinem facebook hat er neu gemacht hinterlasst ihm ein like als dankeschön dass er sowas macht ansonsten so wie immer könnt ihr uns herausfordern unten in die kommentare schreiben bei den fan-challenges oder halt am besten unsere facebook seite schreiben und dann machen wir einen termin aus wir haben auch schon wie immer sehr sehr viele anfragen bekommen also mal schauen wie wir das machen werden aber bisher nehmen wir eure herausforderungen gerne an und versucht einfach euer glück ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt hederhase ab auf jeden fall noch mal danke an ihn checkt seine facebook seite ab hinterlasst dort ein like und fordert uns heraus und falls ihr verliert dann leidet nicht so viel und ciao